Willkommen zum Getting Ready Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht. So, altbekannte Gesichter wieder hier. Ja, moin Marc, moin Kevin. Moin, ihr beiden. Ja, ich freue mich, dass ich nochmal hier sein darf. Ja, richtig cool. Ich freue mich. Für mich war das jetzt richtig spontan. Ich wusste gar nicht genau, dass du jetzt heute am Start bist, aber ja, ich freue mich umso mehr. Ja, es ist ja auch, dass ich hier im Podcast zu Gast sein durfte, ist ja schon eine ganze Weile her. Ich glaube, fast ein halbes Jahr damals, als es mit Flowteams gerade bekannt wurde, dass sie aufhören. Und seitdem hat sich einiges getan. Deswegen freue ich mich, dass ich wieder hier sitze. Genau, das wollen wir auch mal hören, was sich getan hat. Und du hast auch gesagt, du fährst jetzt noch eine Osteraktion. Ja, dann haben wir gedacht, das nehmen wir doch mal als Anlass, sich hier wieder mit dazuzunehmen. Genau. Lassen wir einfach mal starten. Wie sieht es denn aus, Kevin, nachdem jetzt wirklich jeder irgendwie mitbekommen hat, dass er Flowteams irgendwie aufgeben muss, hat sich da seitdem bei dir irgendwie tatsächlich was getan? Also im Verkauf sind die Verkaufszahlen dann auch deutlich nach oben gegangen? Genau, also natürlich. Das habe ich gemerkt für alle, die vielleicht die erste Frage nicht gehört haben. Ich biete WordPress-Themes an für deutsche Fotografen, Fotografin und war damit schon ein gutes Jahr vor dem Flowteams aus, vor dem Bekanntwerden online. Aber das hat jetzt definitiv nochmal einiges bewegt, weil halt viele, die mit ihrer Website zufrieden waren, jetzt trotzdem dazu gezwungen sind, sich halt nach etwas anderem umzuschauen. Und genau, da gab es halt von manchen immer wieder die gleichen Fragen. Da können wir gleich auch nochmal schauen, was das alles war und wie man da halt gut durch diesen Prozess kommen kann. Weil ja, Spaß machen tut es den wenigsten, die Flowteams-Seite aufzugeben. Aber ich glaube, dass ich da ein gutes System habe. Ja, ich muss da widersprechen mittlerweile, Kevin. Ganz kurz. Ich kreze einmal ganz kurz rein. Ich lasse mal ein halbes Jahr sein. Da hast du mich auch relativ verzweifelt erlebt, was das betrifft. Und mittlerweile ist es aus meiner Sicht eigentlich das Beste, was passieren konnte, das Flowteams-Theme zu wechseln auf dein Prinzip, auf die Hochzeitsfotografie Collective. Also für mich war das ein richtiger Gewinn. Aber jetzt, jetzt, jetzt gebe ich neben der Antwort. Möchtest du gerade einfach nochmal genau erklären für wirklich, was, was du machst, was das für ein Team ist, was du da anbietest, auf was für einer Basis das Ganze sich beruht? Erzähl uns das ruhig nochmal. Also für alle, die jetzt gar nicht so genau wissen, wer ist denn da jetzt eigentlich zu Gast im Podcast? Perfekt, genau. Ja, dann auch nochmal zwei, drei Worte zu mir. Ich bin Kevin Kurek, bin Selbsthochzeitsfotograf aus Hamburg. Und wie gesagt, mit dem Hochzeitsfotografie Collective hatte ich vor einigen Jahren angefangen, so Tipps rund um die Hochzeitsfotografie zu geben. Und das ging jetzt Schritt für Schritt immer weiter Richtung Website-Design und WordPress. Was mir immer wichtig ist zu sagen, es gibt nicht die eine WordPress-Seite. Es gibt ja zig, hunderte, vielleicht tausende verschiedene Themes. Es gibt die Plugins. Es gibt verschiedene Hosting-Anbieter. Das, was ich anbiete, sind Themes, die speziell für den deutschen Markt optimiert sind und dafür die Fotografie. Das heißt, es ist... Vor allen Dingen auch im Backend deutschsprachig dann, ja, was für viele vielleicht interessant ist. Genau. Und halt mit vielen Bildern. Es sind im Endeffekt Designvorlagen, die man innerhalb von fünf oder sechs Minuten installieren kann. Und dann kann man halt die Bilder reinziehen, Texte ändern, so wie man es in einem Word-Dokument oder Pages-Dokument kennt. Einfach reinklicken, kann man was löschen, was Neues reinschreiben und kann dann halt wirklich innerhalb weniger Stunden startklar sein. Und das ist eine super Grundlage, um von da das ganze WordPress-Universum zu nutzen, um mit Plugins die Funktionen zu erweitern, neue Unterseiten zu erstellen. All das ist dann möglich. Und als Grundlage dient da eben das Cadence-Theme. Das haben wahrscheinlich auch schon einige gehört, die sich nach den Flow-Themes aus umgeschaut haben, weil das ja, ich glaube, zu den Top-3 WordPress-Themes gehört von den Installationszahlen. Also weltweit, nicht nur Deutschland und nicht nur Fotografie, sondern das ist ein gutes Theme. Und dafür erstelle ich eben diese Designs, die man sich dann kaufen und installieren kann. Also das sind sogenannte Child-Themes, die du letztendlich anbietest. Kannst du das nochmal erklären, was ein Child-Theme ist und was jetzt der Vor- oder der Nachteil ist, wenn ich jetzt dein Theme nehme statt direkt das Cadence-Theme? Genau, da auch, das ist immer so schwer, wenn ich es nicht zu kompliziert machen möchte. Wenn man das Cadence-Theme installiert, ist es im Endeffekt wie ein leeres Blatt Papier. Und wenn man eben eins meiner Child-Themes kauft, hat man direkt Designs, die man halt laden kann. Und wie gesagt, wo man dann einfach anfangen kann, Bilder auszutauschen, Texte auszutauschen und damit schon mal ein Grundgerüst hat. Was hältst du von einer möblierten Wohnung? Das, was halt oft gefragt wird, ist, ich habe dann ja noch die Hochzeitsfotografie-Cloud, die ergänzt das Ganze, wo man nochmal sich nicht nur für ein Theme entscheiden muss, sondern alle Elemente und auch ganzen Seiten aller Themes erhält, also Zugriff drauf erhält und die mit wenigen Klicks nutzen kann. Und da werde ich oft gefragt, warum denn da trotzdem ein Theme die Grundlage sein muss. Und das, es ist so, dass wenn man im Endeffekt das Cadence-Theme installiert und dann die Cloud nutzt, hat man halt keine Schriftarten hinterlegt, man hat keine Farben hinterlegt, man hat nicht hinterlegt, wie breit der Block sein soll, man hat einige datenschutzrechtliche Einstellungen nicht hinterlegt. Und all das kommt halt mit dem Theme. Deswegen gehe ich den Weg, dass immer das Theme die Grundlage ist und die Cloud dann dazu gebucht werden kann. Und die Cloud ist jetzt, ich versuche das auch nochmal in meinen Worten zu erklären, du hast also jetzt verschiedene Themes. Wie viele hast du? Vier, glaube ich? Vier oder fünf? Fünf im Moment. Ein sechstes wird jetzt, denke ich, innerhalb des nächsten Monats online gehen. Okay. Fünf, sechs Themes hast du und ich kann mich jetzt erstmal grundsätzlich für ein Theme entscheiden. So, da entscheide ich mich jetzt vor allen Dingen, wenn ich auch die Cloud dazu nehme, also nochmal die Cloud, bietet mir die Möglichkeit, jetzt auch die einzelnen Elemente, die einzelnen Seiten oder Designs der anderen Themes auch einfach per Drag & Drop zu nutzen dann. Genau. Ja, aber das Theme, was ich mir grundsätzlich erstmal auswähle, gilt als Basis für Farben und Schriften. Wenn ich jetzt also über die Cloud mir jetzt von einem anderen Theme eigentlich jetzt eine Seite kopiere davon, dann passt es sich automatisch an das Theme, das ich mir ursprünglich ausgewählt habe, farblich und von den Schriften her an. Ja, das ist wichtig zu erwähnen, dass das nicht irgendwie so ein bunter Mix hinterher wird. Genau. Ich glaube, das haben viele nämlich so erstmal noch nicht auf dem Schirm. Und darüber hinaus noch zu sagen, man kann das natürlich alles ändern, also Farben und Schriften können mit wenigen Klicks geändert werden. Es ist aber manchmal halt schwierig, das Cadence-Farb-Konzept, also die Themes basieren glaube ich auf neun Farben, die man halt einstellen muss und auch zwei passende oder mehr passende Schriftarten zu finden, ist auch nicht immer so einfach. Wenn man halt eine schöne Schriftart hat, für die Überschriften braucht man noch eine andere schöne Schriftart, wo dann die Paragrafen gut zupassen. Und deswegen ist da so ein Theme einfach ein Kickstart, wo man das fertig ist. Aber wenn ich mich jetzt für dein Theme entschieden habe und ich sage, okay, das gefällt mir alles total gut, was der Kevin macht, da möchte ich diesen Weg gerne gehen, ich möchte auch mit diesen Themes arbeiten, dann wäre der logisch richtige Weg, ich suche mir ein Theme aus aufgrund der Farbeinstellungen und der Schriften, nimm dann idealerweise die Cloud mit dazu, kann ich auch nur empfehlen, habe ich auch, bietet also viel, viel, viel mehr Möglichkeiten dann noch. Aber erstmal wähle ich mir jetzt, nicht aufgrund der Seiten, sondern aufgrund der Farben und der Schriften wähle ich mir das Theme aus. Ja, weil die Seiten kann ich mir dann ja sowieso wieder zusammenstellen, wie ich das... Ja, ja, genau. Das ist so wichtig zu erklären, denke ich. Ja, und für die Installation beim Theme werden halt die Demoseiten installiert des jeweiligen Themes, aber die anderen können dann halt aus der Cloud mit wenigen Klicks hinzugefügt werden. Oder dann kann man natürlich auch die vorhandenen austauschen und alles Mögliche machen. Ja, das ist eigentlich super, muss man sagen. Also Marc, eigentlich ist dein Beispiel der Wohnung ganz gut, finde ich. Also letztendlich bekommt man, wenn man Kevins Theme sozusagen installiert, kriegst du ein eingerichtetes Musterhaus, ja, und mit der Cloud kannst du dir halt noch neue Räume dazuholen, ja, und neue Möbelstücke, aber du kannst sie dann selber auch zurechtrücken. Genau, ich kann jetzt in das Musterhaus nebenan gehen und klau mir da das Wohnzimmer, pack das jetzt in mein Wohnzimmer rein, aber automatisch werden die Farben von dem Wohnzimmer von nebenan auf die Farben in meinem Haus angepasst. Richtig, aber die Möbelstücke stehen an der gleichen Stelle. Die Möbelstücke stehen an der gleichen Stelle. Ich kann aber jederzeit auch ein einzelnes Möbelstück verrücken. Ich kann mir ein neues Möbelstück rausschmeißen und mir ein neues Möbelstück holen. Richtig. Und ich fange nicht mit einem leeren Haus an. Genau so. Ja, das ist, glaube ich, eine aktive Erklärung, ja. Kann ich euch fürs Marketing buchen? Ja, unbedingt. Wir werden ja, das ist ja. Machen wir. Perfekt. Das muss man jetzt noch mit Bildern untermahlen. Ich glaube, ich wette, das verwendet er in Zukunft. Der wird das genau so erklären. Genau. Im nächsten YouTube-Video. Das ist, genau. Aber ja, es ist einfach immer, wie gesagt, auch wenn ich von WordPress spreche, es gibt halt nicht die eine WordPress-Seite. Und das hängt vom Theme ab, von Plugins ab. Auch da ist mir immer wichtig zu sagen, die Themes, die ich anbiete, die funktionieren ohne weitere Plugins. Und das auch mit sehr guten Ladezeiten. Natürlich macht es Sinn, zum Beispiel für SEO, also um in Suchmaschinen gut gefunden zu werden, ein Plugin zu installieren, weil man dann einfach wichtige Einstellungen vornehmen kann. Aber prinzipiell funktionieren die ohne Plugins. Es ist also wirklich ein sehr einfacher Einstieg in die WordPress-Welt. Genau. Und was brauche ich jetzt, um dein Theme zu installieren? Dafür wird Hosting gebraucht. Also Hosting ist ja im Endeffekt ein Speicherplatz im Internet oder die Rechenleistung, wo das Ganze verarbeitet wird, wenn ein Besucher die Seite lebt. Das Grundstück sozusagen. Ja, das Grundstück. Ja, genau, genau. Mit der Firewall, die ist dann der Zaun um das Grundstück drumherum. Und eine Domain, dass man halt meinfotobusiness.de oder wie auch immer. Das ist dann die Adresse, die Grundstücksadresse. Die Grundstücksadresse, genau. Dass das halt zu finden ist, das bräuchte man. Eine WordPress-Installation braucht man. Das ist aber bei eigentlich allen Anbietern, allen Hosting-Anbietern mit einem Klick machbar. Das ist heutzutage keine wirkliche Installation mehr. Und genau, sobald das installiert ist, sobald man Zugriff auf das WordPress-Dashboard hat. Ich habe dazu, ich habe mal den Selbstversuch gemacht. Und bei YouTube kann man es sich anschauen. Innerhalb von sechs Minuten war das Theme installiert. Da war ich selbst überrascht, wie schnell das dann doch ging. Und das ist dann alles, was man braucht im Endeffekt. Wobei es ja tatsächlich so ist, dass gerade viele eben von Flow-Themes wechseln. Weil Flow-Themes ja auch auf WordPress basiert hat. Viele wissen das vielleicht gar nicht so aktiv. Aber Flow-Themes war im Endeffekt auch ein Theme für WordPress. Und viele sind jetzt gerade beim Wechsel dann eben dabei. Genau. Das ist auch eine Herausforderung, den Wechsel dann zu machen. Weil dann ist es erstmal Kuddel-Muddel. Ein bisschen, wenn man das so installiert hat. Und sich dann das anschaut. Dann sind halt immer noch Flow-Themes-Elemente mit drin. Aber eben, die braucht man dann halt nicht mehr. Aber die Seiten sehen alle völlig anders aus. Das kann man auch ein bisschen Storytelling draus machen. Ja, genau. Es ist natürlich sehr leicht mir jetzt, wenn ich jetzt bei meinen Eltern ausziehe. Und buche mir jetzt oder miete mir jetzt das erste Haus, die erste Wohnung. Und die ist vollkommen fertig eingerichtet. So, dann ist das natürlich sehr einfach. Wenn ich aber jetzt schon ein eingerichtetes Haus habe. Und bekomme jetzt irgendwie deine Inneneinrichtung. Die muss ich jetzt noch in meine reinpressen. Dann ist das so, als ob du das ganze Haus erstmal schüttelst. Und alles durcheinander ist. Und dann kannst du erstmal wieder anfangen aufzuräumen. Und das macht die Sache kompliziert. Also für jemanden, der neu einsteigt, ist es total easy, einfach. Für jemanden, der neu umsteigt, ist es erstmal eine Hürde, eine Blockade im Kopf. Wie kriege ich dieses Problem gelöst? Aber auch dafür gibt es ja sehr gute Lösungen dann. Eine Lösung ist übrigens, einfach mich zu kontaktieren. Du nimmst das Musterhaus nebenan. Ja, richtest das ein. Und wenn du fertig bist, dann gehst du einfach ins nächste Haus nebenan. Und ziehst du da um. Und lässt das andere Haus eben dann wieder fallen. Ja, also eine Lösung ist, mich zu kontaktieren. Weil ich bin mittlerweile Experte von Umzug von Flow-Themes-Webseiten zu Cadence. Zu Kevin's Cadence-Themes. Also das habe ich mittlerweile so oft gemacht, auch für andere Kollegen. Also da könnte mich auf jeden Fall... Das sind ja sehr vereinfacht. Also das sind ja solche Arbeiten, die man nur ein einziges Mal macht. Das kann man sich dann natürlich die Frage stellen, lohnt es sich, da jetzt wirklich so tief einzuarbeiten? Oder ist das vielleicht eine Sache, die ich jetzt einfach mal outsource an jemanden, der weiß, wie es geht? Ja, lass das von dem machen und kann die Füße hochlegen und in der Zeit was anderes machen. Und dann ist das Ding erledigt. Und ich muss mich auch nie wieder damit beschäftigen, weil das wirklich eine einmalige Sache ist. Ist eine Option, auf jeden Fall, ja. Was mir immer wichtig ist zu sagen, auch wenn man vielleicht das mal ausprobieren möchte, wie schwierig das wirklich ist, dass man nicht auf der Live-Seite einfach das Theme wechselt. Weil das ist ein Weg, wo es oft nur schlecht zurückgeht und alles, was halt da geändert wird, also ein Theme-Wechsel auf der Live-Seite, ist sofort sichtbar. Das heißt, die Seite ist erstmal nicht mehr funktionsfähig, weil Flow-Themes war wirklich ein System, das sehr umgreifend war, was ja meistens mit fünf, sechs anderen Plugins funktioniert hat. Und da gerät das ganze System ins Wanken. Deswegen ist da mein Rat, entweder direkt den Experten zu kontaktieren, zum Beispiel den Torben, oder mit den Staging-Seiten zu arbeiten, wo man halt ein Duplikat, eine 1-zu-1-Kopie erstellt. Und wenn man da was kaputt macht, hat man immer noch die Live-Seite und kann nochmal von vorne anfangen. Aber für uns alle ist halt super wichtig, dass die Homepage zu erreichen ist und vernünftig aussieht. Deswegen da bloß keine Operation am offenen Herzen. Sehr gut gesagt. Und wie du, Marc, gerade gesagt hast, geht es halt auch, im Endeffekt nochmal von vorne anzufangen. Also entweder ein zweites Hosting-Paket abzuschließen, da alles zu installieren, alles nochmal neu hochzuladen, vorzubereiten und die neue Seite dann mit der vorhandenen Domain zu installieren und die bisherige Seite dann offline zu nehmen. Das geht natürlich auch, dass man da zweigleisig fährt. Ja. Lass uns mal über Kosten sprechen. Ja, gerne mal im Vergleich deine Lösung mit Flowseams. Flowseams war ja zuletzt nur noch als Abo zu haben. Ich hatte tatsächlich bis zum Schluss kein Abo. Ich hatte immer noch diese ursprüngliche Kaufversion des Teams. und da bei mir immer alles lief, hatte ich da noch gar nicht so die Notwendigkeit drin gesehen, da auf das Abo umzusteigen. Aber die meisten werden wahrscheinlich das als Abo genutzt haben. Was hat das, wo lag das preislich abomäßig? Irgendwo bei 15 Euro im Monat oder sowas? 169 Euro im Jahr, glaube ich, als Dollar. Ja, du weißt doch, genau. Das sind da so 12, 13 Euro müssten es in etwa sein, wenn die sowas schlagen im Kopf jetzt dann. Genau. Und bei mir ist es auch möglich, das mit einem Einmalkauf zu lösen. Das sind halt die Themes. Die liegen bei 149 Euro netto. Und es gibt ja auch kluge Wege, wie man da noch ein bisschen Rabatt bekommen kann. Zum Beispiel, Marc, habe ich dir ja den Rabattcode gegeben. Den können wir ruhig hier mal nennen jetzt. Wobei, mit Vorsicht zu genießen, nicht sofort loskaufen, weil du hast jetzt gerade noch was Besseres. Das ist aber dann die Osteraktionen auch in Kürze schon wieder vorbei. Deswegen müssen wir das beides nennen. Also mit dem Code MARC15 gibt es 15 Euro Rabatt auf jedes deiner Themes. Genau. Und der ist auch dauerhaft gültig, dieser Code. Ja, da kommt nichts dazwischen. Der bleibt gültig. Genau. Das ist das, was ich auch brauche. Das Theme brauche ich. Und die Cloud ist halt optional. Das heißt, wenn ich sage, nö, das Theme ist jetzt total super, reicht mir, mehr brauche ich nicht. Dann bin ich damit jetzt auch, dann bin ich mit 135 Euro tatsächlich schon im Rennen. Das Einzige, was dann noch dazukommt, ist eben dann die Gebühr des Hosters, die irgendwo mit, weiß ich nicht, 5, 6 Euro im Monat oder sowas zu Buche schlägt, was sehr günstig ist. Genau, das war ja, musste man bei Flowsteams ja auch haben. Also das sind im Endeffekt Kosten, die bei Flowsteams auch entstanden sind. Und ich bin immer ein Freund davon, bei Hosting lieber etwas mehr zu investieren. Also so im Bereich vielleicht 15 oder 20 Euro, weil man dann noch verschiedene Features hat, teilweise einen besseren Kundensupport hat. Aber ja, es geht bei 5, 6 Euro los auf alle Fälle. Genau. Und was dann halt optional ist bei mir, ist die Hochzeitsfotografie-Cloud hinzuzubuchen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Die ist im ersten Jahr immer rabattiert. Wenn man sie also zusammen mit dem Theme kauft, ist das erste Jahr etwas günstiger. Und danach würde sie 9 Euro im Monat netto kosten. Und wie du schon gesagt hast, gibt es gerade die Osteraktion für alle, die jetzt bis zum 7. April 2024 sind wir gerade, buchen. Die bekommen im ersten Jahr die Cloud sogar kostenlos. Und da lautet der Code getting ready, zusammengeschrieben und alles klein, so wie der Podcast hier heißt. Genau. Dann ist aber an der Stelle eben jetzt die Cloud rabattiert, aber nicht das Theme. Also die Cloud für das erste Jahr inklusive, das heißt, das sind dann 120 Euro gespart gegenüber den 15 Euro gespart. Genau, richtig, ja. Also entweder oder. Und wenn deine Aktion vorbei ist, dann bleibt wieder nur noch 15, um zumindest für das Theme zu sparen. Genau. Und das ist die Aktion, wie gesagt. Ich glaube, dass das, also die Cloud macht ja gerade da Sinn, wenn man noch andere Unterseiten erstellen möchte. Also wenn man zum Beispiel nicht nur Hochzeitsfotografie macht, sondern noch Familienfotos mit anbietet, Newborn oder so, um da einfach weitere Unterseiten zu erstellen, um die vorhandenen Seiten weiter anzupassen, zu ergänzen. Dafür ist die Cloud halt super, weil das wirklich sich mit wenigen Klicks alles einfügen lässt. Okay, das ist ja mal grundsätzlich was, wo ich definitiv von abrate, irgendwie jetzt auf der Webseite Babyfotos mit Hochzeiten oder sonst was zu mischen. Macht das bitte nicht, Leute. Ja, das ist das allererste, was ich immer allen sage, spezialisiere dich da. Ja, aber das hat, die Cloud macht insofern für mich Sinn, weil du einfach damit deine Seite ein ganzes Stück mehr individualisieren kannst. Auf einfache Art und Weise. Individualisieren kann ich sowieso, aber dann muss ich halt wirklich alles direkt selber erstellen. Ja, und wenn ich die Cloud habe, dann habe ich hier quasi den Innenarchitekten schon mit dazu. Ja, weil ich nehme ja jetzt ganze Zimmer, ja, oder Wände zumindestens. Ja, die eine Wand habe ich jetzt dann mit den Möbeln und Designs und Farben und kann mir die ganze Wand direkt auf einmal da hinstellen, fertig, aus. Ja, also habt das schon den Innenarchitekten mit dabei. Geiles Storytelling heute hier, oder? Ja, wie ein Ruder Früge. Marc, das ist genial, wirklich. Ja, genau. Und das hilft mir auf jeden Fall wirklich auf sehr, sehr einfache Art und Weise sehr schnell, meine Seite doch etwas von dem ursprünglichen Team zu individualisieren, zu optimieren, etwas persönlicher zu machen. Ja, damit ich nicht eine Seite habe wie jeder andere, der das Team auch kauft und dann wirklich eins zu eins genauso aussieht. Genau, und gerade weil ich ja rein auf den deutschen Markt spezialisiert bin, was halt viele Vorteile bietet mit deutschem Support, mit Blick auf den Datenschutz, ist das aber halt auch einer der Nachteile, dass halt bei den, ja, haben jetzt wirklich einige zugeschlagen in den letzten Monaten, dass dann halt die Themes halt häufiger im Umlauf sind. Und da macht es halt wirklich Sinn, nochmal ein bisschen zu individualisieren. Und dafür ist die Möglichkeit halt perfekt, genau. Ja, also in jedem Fall auch meine Empfehlung, die Cloud mit dazu zu nehmen. Macht mehr Spaß. Ja, unbedingt. Genau. Ja, richtig cool. Ja, letztendlich ist Cadence nicht so ganz intuitiv. Also man muss sich schon so ein bisschen da mit der Materie beschäftigen, denke ich. Es ist, also bei Flowseams war das ja mal relativ einfach mit dem Hin- und Herschieben der einzelnen Design-Elemente. Das geht bei Cadence natürlich auch, aber eben nicht ganz so intuitiv. Also Cadence ist eher so ein bisschen so ein Puzzle, wo man sich aber mal richtig freut, wenn man da so ein Puzzleteil wieder ineinander gefügt hat und das gelöst hat. Also wenn man das mal so vergleichen will. Aber es sieht vom Design aus und von der Performance ist es super. Also vom Design halt sieht es dann auch richtig schick aus. Aber es ist nicht so intuitiv, man muss sich damit schon ein bisschen beschäftigen. Ist aber wie mit allen anderen Tools und Apps auch, ja. Auch mit Photoshop muss ich mich beschäftigen. Mit Excel muss ich mich mit beschäftigen, ja. Alles, was irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Content-Marketing-System habe oder sowas. Also ich muss mich damit beschäftigen, ja. Das ist nicht immer alles, ja, anschalten und sofort loslegen. Das ist in der Regel nicht der Fall. Nee, definitiv nicht. Stimmt Torben da auch voll zu. Also Cadence ist jetzt nichts, wo man, also meine Teams machen es, glaube ich, einfach, weil man prinzipiell nur Bilder und Texte austauschen muss. So einfach kann es halt sein, ist auch schon alles für mobil optimiert. Trotzdem ist das ein System, wo es halt viele Einstellungen gibt, wo es Einstellungen an unterschiedlichen Stellen gibt. Aber wenn man zurückblickt, glaube ich, dass die wenigsten Flow-Themes innerhalb von zwei Stunden verstanden haben. Also auch das war Einarbeitungszeit. Und jetzt rückblickend, wenn man halt viele Jahre mit Flow-Themes gearbeitet hat oder sogar wie Torben über Flow-Themes Websites für andere erstellt hat, hat man da halt viel Expertise angehäuft. Und ja, durch Flow-Themes am Ende ist es halt jetzt notwendig geworden, die Expertise einfach auch nochmal in einem anderen Bereich aufzubauen. Und ja, ich versuche da wirklich den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Und sonst gibt es ja, Torben hat es ja auch schon gesagt, genügend Experten, die da nochmal zur Seite stehen können mit Rat und Tat. Genau. Gehst du zu Torben, baut er dir direkt eine komplett fertige Seite dann. Ansonsten gibt es bei dir auf der Seite auch deutschsprachige Erklärvideos zu den wichtigsten Einstellungen oder den wichtigsten Sachen, die du da vornehmen kannst. Und für Academy-Mitglieder sowieso nochmal viel mehr Erklärvideos auch in dem Bereich, genau, wie das Theme halt im Ganzen dann gehandelt wird, wie man es aufbaut und so weiter. Jo, definitiv. Ja, ich muss gestehen, ich muss auch mal dringend weiterarbeiten an meiner Seite. Ich habe, als ich das Theme installiert habe, also auch erst mal im Hintergrund installiert habe, habe ich erst mal schnell gute Ergebnisse geschaffen. Und dann auf einmal habe ich das Ganze liegen lassen. Und jetzt liegt das aber auch schon seit, ja, eigentlich schon seit Monaten. Ich muss da jetzt unbedingt auch mal wieder ran und die Seite mal fertig machen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Du hast noch ein Theme mit Torben gemeinsam entwickelt, ne? Vielleicht wollt ihr da auch mal was zu erzählen. Eins deiner Themes. Genau, das neueste Velvia-Theme basiert auf Torben's Design. Also im Endeffekt, im Prinzip basiert es eigentlich auf meinem ursprünglichen Website-Design von Flow Themes. Das hieß Velvet. Also die Namensfindung ist wirklich ganz, ganz zufällig nur so ähnlich. Und also meine Webseite wollte ich halt wirklich quasi mehr oder weniger eins zu eins adaptieren. Also nicht ganz eins zu eins, aber ich wollte es schon sozusagen vom Look und Feel gleich halten. Und dann habe ich einfach ein Theme von Kevin entsprechend umgewandelt. Und dann war es nachher wirklich ganz anders von den Farben, von den Schriftarten und Überschriften und so weiter. Und ja, und dann eben auch sind da auch neue Textblöcke oder nicht Textblöcke, also neue Einrichtungsgegenstände, um mal im Marksbild zu bleiben, dazu gekommen. Ja, für das Haus. Und also neue Blöcke letztendlich, Designblöcke. Und ja, genau. Und im Nachhinein würde ich sagen, sieht meine Seite fast genauso aus wie vorher. Also mir gefällt sie natürlich noch besser. Ich glaube, sie läuft auch performanter. Allerdings ist es halt wirklich eine adaptierte Flow Themes-Seite, wenn man so will. Nicht ganz, aber schon sehr, sehr stolz in die Richtung. Genau. Genau, da haben wir eben gedacht, das wäre doch cool, die einfach mit anzubieten. Vom Style hat das perfekt gepasst. Und ja, jetzt ist sie auch bei Kevin im Shop erhältlich. Also Velvia, genau, das ist sozusagen das neueste Theme. Ja, super cool auf jeden Fall. Ja, jetzt hat Kevin mich heute auch angesprochen und hat gesagt, ey Mark, sollen wir das nicht auch machen? Bauen wir noch einen Mark-Schelbert-Team. Ja. Ja, warum nicht? Muss ich mich nur mal irgendwie mal da mal dran halten. Also werde ich da jetzt mal auch mal weitermachen müssen. Ja, sehr gerne. Also können wir gerne machen. Finde ich spaßig. Ja, ist doch cool. Ja. Genau, und so erweitert sich das halt immer noch, ne? Nach und nach. Ja. Ein bisschen mehr Teams in der Auswahl und ja. Kevin, gibt es noch irgendwelche wichtigen Fragen, die immer wieder auftauchen, die die Leute beschäftigen, wo du vielleicht auch noch Blockaden auflösen kannst oder sowas? Ich war gerade ungefähr eine halbe Minute kurz im Freeze. Ich habe euch weder gesehen noch gehört. Ich glaube, jetzt läuft es wieder, oder? Oh. Weiß ich nicht. Ich habe hier nichts mitbekommen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Es gab eine Frage an mich. Die habe ich nicht gehört. Ich habe nur die letzten Wörter. Okay. Meine Frage war gerade, Kevin, hast du noch was auf der Seele, wo du sagst, das sind Fragen, die kehren immer wieder. Das werde ich immer wieder gefragt von Usern und kannst damit dann einfach mal ein bisschen Blockaden auflösen hier und ja, einfach auch den Mut machen, auch mit WordPress vielleicht zu arbeiten. Ich denke mal, dass viele vielleicht auch tatsächlich irgendwie, kriege ich natürlich auch immer wieder mit, so lieber auf diese Baukastellösung zurückgreifen, weil es vermeintlich leichter ist, damit umzugehen. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Vor allen Dingen hat es halt viele, 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 viele Nachteile. Und deswegen sollte man sich sehr genau überlegen, ob man wirklich mit so einem Baukastensystem arbeiten möchte. Meistens sind sie auch deutlich teurer, weil WordPress ist tatsächlich eine sehr günstige Lösung. Die Baukastensysteme sind teilweise wirklich ziemlich teuer sogar und eben sehr, sehr eingeschränkt. Aber warum gehen die Leute trotzdem zu den Baukastensystemen? Einfach nur, weil sie irgendwie Angst vor WordPress haben, weil sie irgendwie da mehr Arbeit fürchten oder so und vielleicht sind das mal Ansätze, wo du so ein bisschen noch Klarheit für schaffen kannst. Ja, also ich glaube, um ehrlich zu sein, in den letzten Monaten sind vor allem die Leute rübergewechselt von Flow Themes und da war, wie gerade schon angesprochen, der größte Pain Point, also der größte, was die meisten Schmerzen gemacht hat, wie das mit der bisherigen Seite weitergeht. Also wie man das Theme wechselt und die bisherige Seite soll erreichbar bleiben. Und wie schon gesagt, kann man da halt mit einer Staging-Seite arbeiten, also mit einer Kopie der bisherigen Seite oder mit einer Neuinstallation, dass man im Endeffekt noch einen Hosting-Vertrag abschließt und dort das nochmal neu installiert. Für alle die, die wechseln wollen, ich bin ja selbst diesen Weg gegangen, habe damals bei Wix angefangen und habe irgendwann mich jeden Tag geärgert, weil Dinge nicht funktioniert haben. Entweder habe ich die Einstellung nicht gefunden oder es gab sie nicht. Und ich glaube, es geht vielen so, dass man nach ein, zwei Jahren aus diesem Baukastensystem rauswächst und ich habe lange gebraucht, um den Schritt zu WordPress zu schaffen, weil es einfach von außen ein sehr komplexes System war. Und da möchte ich jetzt eben mit den verschiedenen Angeboten, die ich habe, mit den Themes, mit dem Support, mit einem Installationsservice es so einfach machen wie möglich. Und wie gesagt, mir ist immer wichtig zu sagen, der kleinste Schritt ist, das Theme zu installieren. Das schafft wirklich jeder und jede da draußen. Das ist nicht kompliziert. Und dann kann man Bilder und Texte tauschen. Dann hätte man schon mal ein Grundgerüst. Und das ist ja ein super Ausgangspunkt, um dann zu schauen, wie will ich die Seiten weiter anpassen? Welche Plugins brauche ich? Und sich so in dieses WordPress-Universum halt reinzutasten. Man braucht ja nicht gleich eine Seite mit 20 Unterseiten oder mit 30 Plugins, was ich sowieso nicht empfehlen würde. Auch da habe ich Empfehlungen für verschiedene Plugins, dass man halt nicht sich entscheiden muss für SEO, welches der... Erstmal nochmal für alle, was ein Plugin genau ist. Ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. Ein Plugin ist wie eine App auf dem Smartphone. Das heißt, die ergänzt zusätzliche Funktionen. Funktionen, die jetzt von Haus aus WordPress nicht bietet oder das Theme nicht bietet, die kann ich jetzt eben durch einen Plugin abdecken dann. Genau. Du hast also diesen App-Store auch und der ist in der Tat riesengroß. Das sind jetzt alles Drittfirmen, die eben ihre Plugins anbieten. Und es gibt im Prinzip nichts, was es nicht gibt. Und das ist ein Punkt, man muss jetzt keine Angst vor Plugins haben. Man muss sie auch nicht nutzen. Aber wenn du jetzt irgendwas im Kopf hast, willst irgendwas auf deiner Seite umsetzen, egal was, dann gibt es über diese Plugins eine Lösung dafür. Und das hast du eben bei den Baukästen in der Regel nicht. Da gibt es nämlich keine Lösung. Dann hast du Pech. Das gibt es da nicht. Und bei WordPress hast du für alles irgendwie über ein Plugin definitiv eine Lösung. Findest du dann, ja. Ja. Und ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte schon, das ist halt die Baukastensysteme, die sind halt abgeschlossen. Da kann man nichts Neues einfügen. Und mit den Plugins von WordPress ist es halt echt Wahnsinn, was es da alles gibt. Da ist es dann halt eher so, dass am Ende die Entscheidung schwerfällt, welches dieser 20 Plugins für einen Cookie-Banner benutze ich denn? Ja, genau. Welches nutze ich für Bildverkleinerung? Und ja, im Endeffekt, all das, was ich empfehle, nutze ich auch für meine eigene Seite. Ich bin da dauerhaft in den Top 3, wenn man Hochzeitsfotograf Hamburg sucht, was ja auch ein großer und umkämpfter Markt ist. Also, das hat sich bewährt und das biete ich halt mit wenigen Klicks anderen auch an. Was man noch dazu sagen muss, ist, dass WordPress ja wahrscheinlich, nee, mit Sicherheit die am häufigsten verwendetste, wie nennt man das jetzt, System für Website-System weltweites. Also, WordPress hat die größte Verbreitung überhaupt, viel mehr als alles andere. Und daran erkennt man natürlich, wie interessant das auch für Drittanbieter ist, irgendwelche Plugin-Lösungen dann auch anzubieten. Ja, also, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Ja, also, es ist wirklich ja, es läuft ja, ich glaube, 50 oder 60 Prozent des Internets. Oder dieser CMS heißt es, glaube ich, Content Management System läuft über WordPress, ohne mich da jetzt in welchen falschen Fakten verrennen zu wollen. Also, es sind wirklich unglaubliche Zahlen und davon ganz, ganz viel veraltet einfach auch. Also, WordPress geht gerade mit großen Schritten Richtung Zukunft. Dazu zählt der Gutenberg-Editor, also der Blog-Editor, wo meine Themes schon komplett drauf aufbauen und, ja, wird sich in den nächsten Jahren einfach auch noch weiterentwickeln. Und viele, die da einfach, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Flow-Themes, es wäre halt viel Arbeit gewesen, das System weiterzuentwickeln. Mit diesem ganzen Drag-and-Drop-Editor, der war so drüber gestülpt über diesen eigentlich recht simplen Blog-Editor, ohne dass ich da Kenntnisse habe. Aber ich glaube, das wäre schwierig geworden, das Richtung Full-Site-Editing mitzunehmen. Und Cadence ist halt ein sehr schlanke Theme mit den Cadence-Blogs, die sind im Endeffekt direkt in den Blog-Editor von WordPress mit integriert. Das heißt, man fährt da schon ein System, was nah an WordPress dran ist und dadurch recht zukunftssicher ist. Und die Firma, Cadence gehört zu einer Firma, die komplett auf WordPress spezialisiert ist, also da droht jetzt erstmal nicht sowas wie mit Flow-Themes, die, ja, da ja am Ende dran gescheitert sind, dass sie sich für ein anderes System entscheiden mussten. Genau, ja. Jo. Aber das muss ich nicht alles wissen und verstehen, was du jetzt gerade gesagt hast. Das ist wichtig auch, ne? Also auch nicht abschrecken lassen durch sowas, was Kevin da jetzt gerade erzählt hat. Das ist vollkommen unwichtig. Als Anwender muss ich das nicht wissen, ne? Nee, ich, genau. Das, was ich sagen wollte, ist, es ist wirklich ein gutes System, dem ich auch selbst vertraue und womit man gut für die Zukunft auch bestellt ist. Ich habe noch mit ein paar Fachbegriffen, um mich gebrauchen. Genau. Ja. Ja. Ja, aber wenn man da so drin ist in der Materie, da ist das immer so selbstverständlich, dass man vom Gutenberg-Editor spricht und so weiter, ne? Aber wenn das jemand gar nicht weiß, dann, ja, ist das wie eine Fremdsprache. Deswegen erwähne ich das auch explizit nochmal, ja, davon muss sich niemand jetzt wirklich abgeschreckt fühlen. Auch nochmal, was halt auch vielleicht ein häufiger Mythos ist, ist, dass man irgendwie mit WordPress programmieren muss oder sowas. Ja, oder irgendeine Programmiersprache oder sowas, irgendwas können muss. Das ist mitnichten der Fall, ja. Das musst du eben nicht und zwar null. Ja, gar nichts. Du musst keine HTML-Kenntnisse haben. Wenn du sie hast, ist es manchmal nicht ganz richtig verkehrt. Definitiv, ja. Aber es ist auf keinen Fall nötig. Ja. Also es geht komplett ohne irgendwelche Programmierkenntnisse, ja. Genau. Also wirklich eher wie ein Word-Dokument formatieren oder so, ja. Ich sage auch immer, ich will nur Dinge anbieten, über die ich mich selbst freuen würde und wenn ich irgendwas programmieren müsste, dann würde meine Freude aufhören. Also das ist alles ohne Programmierkenntnis oder sonst irgendwas möglich. Und genau, das ist halt das Schöne daran, dass es ein super einfacher Einstieg in WordPress ist. Genau. Ja, riesen Empfehlung. Ich sage ja immer, am Ende landen sie alle bei WordPress, ja. Mit welchem Theme man dann arbeitet, das ist ja reine Geschmackssache oder sowas. Dicke Empfehlung an dein Theme, definitiv. Aber ich habe auch die Möglichkeit, mit vielen anderen Themes zu arbeiten und WordPress einfach als Basis zu nutzen. Und WordPress ist einfach großartig und bietet halt alle Möglichkeiten. Es gibt nichts, was da irgendwie auf einmal nicht machbar wäre. Und das macht WordPress so interessant. Und ich glaube, dass jeder, der irgendwie mit einem Baukastensystem arbeitet, du hast es eben auch, man wächst darüber hinaus und das dauert wahrscheinlich auch nicht lange. Und dann stößt du da an Grenzen und stellst fest, puh, das gefällt mir nicht. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und deswegen sage ich, am Ende landen alle bei WordPress und dann kannst du es auch direkt machen. Ja, genau. Es ist definitiv besser. Noch eine ganz wichtige Empfehlung meinerseits ist, also es ist wirklich nicht einfach, das Theme einfach mal zu wechseln. Es ist ein Problem, es ist eine Schwierigkeit, es ist viel Arbeit, die dahinter steckt. Man muss sich am Anfang schon idealerweise für das perfekte Theme entscheiden. Ja, und es gibt bei, wenn du WordPress das erste Mal installierst, hast du ja auch schon die ersten Inhouse-Themes mit dabei. Die sind umsonst, die sind dabei. Und du kannst viele andere Themes auch, die umsonst angeboten werden, nutzen. Aber das ist halt unter uns besprochen einfach alles Kacke. Ja, anders kann man es nicht sagen. Das ist, und wer damit erst mal anfängt, dann mit so einem Billow-Theme zu arbeiten, der wird auch sehr schnell merken, dass das keine gute Lösung war und fängt dann auch wieder von vorne an. Und dann hast du auch wieder das Haus, was du den Würfelbecher, den du erst einmal komplett durcheinander würfelst und musst alles wieder neu designen. Ja, also insofern ist es, glaube ich, schon eine sehr wichtige Entscheidung am Anfang, sich dafür das richtige Theme zu entscheiden. Dein Theme ist definitiv eine Riesenempfehlung. Ja, also da machst du mal nichts mit falsch. Es ist argünstig, definitiv. Wenn ich überhaupt nicht bereit bin, irgendwie da abomäßig Geld auszugeben, dann reicht mir auch das Theme von Haus aus mit einer Einmalzahlung und dann bin ich abgedeckt. Du kannst ja die Cloud auch noch nachbuchen, wenn du sie dann später haben möchtest. Dann gibt es sie nur nicht vergünstigt, aber ja. Kann man auch. Ja, na klar, sicherlich. Macht Sinn? Weiß ich nicht. Ja, also wahrscheinlich lieber auch direkt das Ganze von Anfang an vernünftig dann auch nutzen. Ja, weil du, gerade wenn du die Seite aufbaust, dann brauchst du die Sache noch nicht irgendwann. Ja. Also in jedem Fall eine Riesenempfehlung, dieses Theme zu nutzen mit Cadence im Hintergrund letztendlich. Hast du definitiv halt auch ein gutes, eins der großen Themes dahinter. Ja, tolles Design. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf gar keinen Fall mit einem Billig-Team arbeiten. Das kannst du vergessen. Jo. Ja, also nochmal, Abschluss abschließend. Ruster-Aktion heißt das erste Jahr die Cloud umsonst. 120 Euro gespart mit dem Code GETTINGREADY. Wir verlinken das alles nochmal in den Shownotes auch, den Link auf deiner Seite. Nochmal, wie finde ich das? Wie heißt es? Was muss ich eingeben, damit ich auf deiner Seite bin? Genau, das Hochzeitsfotografie-Collective. Darunter läuft das Ganze und da findet man dann entsprechend die verschiedenen Themes. Genau, dann kann ich das direkt in den Warenkorb legen und dann mit GETTINGREADY mich da ausbuchen oder halt, wenn die Aktion, die geht bis zum 7. April, hast du gesagt? Genau. Bis einschließlich 7. April und anschließend kann man aber noch mit Mark 15 die 15 Euro für das Theme dann auch noch sparen. Genau, so ist es. Genau. Ja, sehr cool. Super. Perfekt. Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? Ich kann mich noch weiter in irgendwelchen fast simple Leinen verlaufen, aber ich glaube, alles Wichtige ist erstmal gesagt. Falls es irgendwelche Fragen gibt, ich bin erreichbar, ihr habt ja auch eine Masterclass oder sonst wo seid ihr erreichbar und genau, also falls da irgendwo Leute feststecken, dann meldet euch und ich helfe da gerne. Ich auch, genau, wir unterstützen nach. Perfekt, ja, cool. Super. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir jetzt allen Zuhörern ein wunderschönes Osterfest mit hoffentlich gutem Wetter, leckerem Angrillen. Ja, gute Idee. Was dazu gehört. Perfekt. Ja, frohe Ostern dann allen. Jo, schöne Ostern an alle. Genau. Alright, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Schön, dass du wieder da warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm! Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten, dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschellwatt.de-termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1-zu-1-Call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst. Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter markschellwatt.de-termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.